Hallo zusammen, was wir heute spielen wollen, brauche ich wohl gar nicht mehr im Detail zu erklären, denn ihr kennt es schon und seht es auch, Game Duells Guard Masters, ein weiterer Versuch, mich für das große Finale in Berlin zu qualifizieren. Ich habe in der laufenden Saison ja noch nicht so richtig die Füße auf dem Boden bekommen, das heißt neuntes Qualifikationsturnier, ich bin dabei und so schnell geht das, eingeloggt, Guard Masters auswählen, 10 Euro einsetzen und schon kann es losgehen. Die ersten beiden Päckchen war jetzt noch nicht so super interessant, deswegen machen wir hier gleich einen Sprung in das dritte Päckchen, da geht dann aber die Musik richtig los, das ist hier mein Privileg, dass ich so ein bisschen auswählen kann, was ich euch hier zeige und das kann dann natürlich auch dazu führen, dass wir hier gleich im ersten Spiel eine super Vorhandkarte sehen, das ist schon fast ein fertiger Gang, wenn noch eine gute Karte liegt, bin ich jegliche Bauchschmerzenlos, auf jeden Fall werde ich dieses Spiel natürlich ausreizen. 23 aus Mittelhand, Hinterhand hat nichts mehr entgegenzusetzen und zack, Karoas, da ist es doch, das ist die eine Karte, die das Spiel auf jeden Fall auch unverlierbar macht, wenn die Buben verteilt fallen, dann ist es jetzt eine sehr gute Schneiderschance, also schauen wir mal. Buben kommen nicht, dafür wenigstens eine Kreuzlusche, das heißt Kreuzkönig steht offenbar nicht zu dritt, meine Kreuzbatterie ist damit etabliert, die ersten acht Stiche mache ich also mit Sicherheit, werde vermutlich hinten raus die beiden Karostiche verlieren. So, da fliegt der zweite Karo. Oh, und was ist das? Karo König, das ist schon der dritte Karo, das heißt, jetzt steht nach Adam Riese die Karo 10 blank und damit wird das Spiel sogar Schneider-Schwarz, da hatte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, und das hier auch nochmal ungewöhnlich, Spieler 2 hat sich die Karo 10 blank geworfen, hat sich sehr frühzeitig schon entschlossen, offensichtlich Pik und Herz zu halten, mein Schaden soll es nicht sein, ich reklamiere den Rest, decke meine Karten auf, kürze also das Spiel ab, damit wir hier nicht lange noch rumhühnern müssen, die Gegner sind natürlich einverstanden, was sollen sie auch machen, es gab ja nichts mehr und damit 120 Punkte für mich, das sind so die großen Spiele von der Kategorie brauchst du auch ein paar, wenn du in so einem Turnier vorne mitspielen willst, und hier geht es gleich weiter, ein schöner Doppelschlag, den prognostiziere ich hier mal, wieder die drei oberen Buben und Kreuz erst zu viert, das ist also erneut schon fast ein fertiger Gang, auf jeden Fall mindestens ein guter Kreuz, also eine gute Karte, dann wird es wieder ein Grang und schnapp! Hey, das ist doch wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag, zwei Kreuz gefunden, damit hat dieser Grang natürlich sogar von Haus aus Aussichten auf Schneider Schwarz, denn die Herz 10 ist im Keller, das wissen die Gegner aber nicht, das heißt, die Verführung auf den Herz König zu schnippeln ist natürlich gegeben, insofern auch glücklich, dass nicht direkt Herz Ass auf den Tisch kommt, sondern erstmal Karo, was ich stechen kann und die Frage stelle ich ihnen jetzt gleich, glaubt ihr, dass ich die Herz 10 oben habe oder glaubt ihr es nicht? Und sie glauben es und damit ist das Spiel natürlich Schneider Schwarz, jetzt noch schnell den Buben abziehen und dann ist der Rest bei mir, ich klapp ab und was ist denn jetzt passiert, was habe ich jetzt gemacht? Nein, 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 ich will jetzt hier gar nicht die ganz große schauspielerische Leistung auspacken, ich wusste es ja schon, was passiert, ich habe mich verklickt, ich habe das Spiel aufgegeben, statt den Rest zu reklamieren, das muss ich allerdings auch sagen, ist mir hier in 10 Jahren Gameduell noch nicht passiert, ich kenne doch das System an sich in- und auswendig, ich war wohl hier irgendwie ein bisschen abgelenkt durch irgendwas, was hier in meinem Wohnzimmer im Hintergrund sich gerührt hat und das ist ein richtiger Tritt, ein richtiger Schlag, das haut dich natürlich um, guckt euch das mal an 192 Minuspunkte, wo ich eigentlich hätte 144 Pluspunkte bekommen sollen, das sind ja in der gesamten Ausrechnung über 400 Unterschied, wenn ich die 50 noch dazu zähle, also das haut mich wirklich um, da musst du erstmal ganz stark sein, um das wegzustecken, ich saß hier also wirklich wie belemmert, konnte es gar nicht fassen und dann heißt es, gestolpert, hingefallen, richtig die Knie aufgeschlagen, richtig aufs Maul bekommen, aufstehen, weitermachen, ich kann ja schließlich die beiden anderen, die gar nichts dafür können, jetzt nicht einfach sitzen lassen und ich rufe also nicht die Skatoma, ich bringe das jetzt hier zu Ende, das letzte Spiel bekomme ich jetzt tatsächlich auch noch wieder einen sehr guten Ansatz, den ich logischerweise reize, bei 27 bin ich dran, okay, zweimal Pik gefunden, das war Müll, die kommen wieder in den Keller und Herz wird Trumpf, ja, an sich ist es aber ganz egal, wie dieses Spiel ausgeht, das kannst du natürlich nicht wieder aufholen, diese Punkte und diese Schmerzen, das zeigt einmal mehr, was für ein brutales Spiel Skat ist. So, ähm, Trumpf zu viert, habe ich schon fast den Verdacht, wo eben Kreuz Bube fällt, bei Spieler 1, wenn das der Fall ist, ja, und es ist der Fall, wir sehen es hier, Spieler 2 hat keinen Trumpf mehr, dann werde ich dieses Spiel wohl auch noch verlieren, denn zwei Trumpfstiche sind noch bei Spieler 1, Kreuz Ass ist auch noch draußen, aber was ist das? Oh, das ist jetzt wieder glücklich, Kreuz Ass kommt auf den Tisch, damit werden mir beide Kreuzstiche hochgespielt, dadurch kann ich natürlich trotz der Trumpfkürze hier über die Dörfer gehen, ich weiß nicht, was Spieler 1 da geritten hat, dass er mir hier dieses Spiel schenkt, das war doch recht offensichtlich, vielleicht wollte er sich damit bei mir revanchieren für das Unglück, das wäre aber nicht nötig gewesen, letztlich nützt es mir hier auch nichts, dass ich das Spiel glücklich gewonnen habe und sogar noch mit 18 Pluspunkten zwar aus dem Paket rausgegangen bin, aber das hat mich natürlich moralisch dermaßen ausgenockt, dass ich auch kurz darauf im nächsten Päckchen noch ein teures Spiel versucht habe und verloren habe und damit hat dieser Skat-Abend relativ schnell für mich geendet, das gebe ich gleich zu, das ist natürlich auch das Schöne bei Gameduell, da brauchst du so eine Frustrationsserie nicht zu Ende spielen, ich habe jetzt hier einfach zwei Abende später wieder den Mut gefasst und einfach nochmal neu gestartet, nochmal 10 Euro eingesetzt und damit ist alles vom vorigen Abend quasi vergeben und vergessen, also neuer Versuch und einfach nicht mehr dran denken, was da passiert ist. Auch hier steigen wir ein, direkt glaube ich ins vierte Päckchen, bis dahin alles Standard, noch nichts Spektakuläres, hier aber gleich wieder eine sehr schöne Ausgangskarte in Hinterhand, die ich natürlich auf jeden Fall bis gangreize, egal was die anderen machen, zwei Assfarben, zwei Buben, dazu noch eine bestellte 10, in Kreuz auch die 10 dabei, ich hatte sogar vorher schon überlegt, ob ich dieses Spiel als ganghand losmache, allen Ernstes, und dann nimmt mir Spieler 2 hier die Entscheidung ab, denn er hält die 48, ich muss sogar 50 sagen, ja aber den lasst ihr ja wohl auch nicht vom Tisch gehen, dieses Spiel müsst ihr hier reizen, das würde ich immer wieder spielen, also ganghand und natürlich geht dann doch so ein bisschen die Muffe, denn womit hat denn Spieler 2 hier 48 gehalten? Aber da kommt schon wieder die erste Entwarnung, ein sehr glücklicher erster Stich, nicht nur werde ich angespielt, sondern ich komme mit der Herz 9 in den Schnitt, nur Pik Ass wäre ja noch schöner gewesen, jetzt sollte es doch wohl gelingen, es sei denn, es sei denn, nein, das ist doch wohl, zum Mäuse melken, es stehen nicht nur die Buben zusammen, sondern auch noch Kreuz, komplett einseitig, dass mir hier das Ass abgestochen wird, ist gar nicht so schlimm, sondern dass jetzt der Kreuzkönig bei Spieler 1, wenn er nicht, wenn nicht eine Kreuzkarte im Skat liegt, noch einen Stich macht und ich die beiden Kreuzstiche verliere, das ist eigentlich das Problem. Und ja, jetzt hätte es natürlich noch wieder gut ausgehen können, wenn mal Pik auf den Tisch kommt, mir die 10 hochgespielt wird, aber Spieler 2 trifft es richtig, er trifft das Karo Ass. Jetzt hänge ich hier natürlich in den Seilen und muss doch auf einen sehr glücklichen Spielverlauf hoffen. Kreuzkönig im Skat? Ne, das ist auch nicht der Fall. Ja, jetzt wird es aber ungemütlich. Pik 10 will ich mir natürlich nicht blankschmeißen, in der Hoffnung, dass Pik erst gleich noch auf den Tisch kommt, jetzt muss ich es aber doch, und im Nachhinein war es vielleicht die beste Idee gleich, schon die Pik Lusche abzutragen, denn jetzt Spieler 1 spielt mich einfach in Herz wieder rein und lief das Pik Ass? Nein, es liegt natürlich nicht und damit hat es Rupp gemacht, ziemlich deutlich, sogar nur 48 Augen, da war aber wieder alles dagegen, alles komplett Press, also es hat mir hier kein Glück gebracht, einen neuen Versuch zu starten, das lässt sich relativ schnell sagen, denn wenn du so ein teures Spiel verlierst, dann wirst du einfach kein sehr gutes Ergebnis spielen können, das sagt die Erfahrung, so viele Minuspunkte, die holst du nicht auf, das sind die Spiele, die einfach auch gelingen müssen und die du auch versuchen musst, also das ist gar nicht die Frage, es ist aber beim Skat eben so, dass es nicht an jedem Tag gelingt. Jetzt bin ich hier schon irgendwo im Frust, dass ich hier 22 halte, es ist ja eigentlich nur ein Herz, muss man sagen, Herz Hand ist es auch nicht, gut, jetzt gucke ich mit 3 Buben zum Kreuz mal rein, oh, und diesmal werde ich sogar belohnt, Herz 10 Karo Ass, das ist natürlich eine Traumfindung, die macht daraus wieder einen Grang, allerdings wie eben gesagt, wenn du einen Grang Hand verlierst, dann kannst du dich auch so richtig nicht freuen über so einen einfachen Grang, den ich jetzt wohl wahrscheinlich lässig gewinnen, vielleicht im Schneider sogar, aber es hilft einfach nichts, die Minuspunkte sind zu viel, ein verlorenes Spiel zählt doppelt, das hat mich also auch hier erneut auf die Matte geschickt. So, nun ziehe ich meine Flöte runter und klar, da hat jemand sich auf an dem letzten Karo Stich festgebissen, Karo König macht den Stich, da sind sie mit raus, ich habe meine Minuspunkte reduziert auf 96, und jetzt wenigstens ein Spiel Ruhe, ich bin raus, und das nehme ich hier auch ganz dankbar einmal zur Kenntnis, denn da habe ich ja eben zweimal kräftig mitmischen dürfen, nur eben leider mit durchwachsenen Erfolg, minus 96 Punkte, wow. So, was geht da ab? Die Post geht ab. 35 sind sie, 36. Gut, es braucht mich eigentlich nicht wundern, es fehlen vier Asse, es fehlen vier Buben, zwei Zähne auch noch, also genug Material ist draußen für schöne Spiele. Wer also wird hier das Rennen machen? Und das ist Spieler 1. Hier rein spielt er, bei 40 Reizungen natürlich keine Frage, welche Farbe ich aufmache, Herz bietet sich so oder so an, erstens aufgrund der Reizungen, zweitens, weil ich die 10 habe und die Stärke habe, mein Partner hinten das Ass, 15 Augen, und der greift gleich in das nächste Volle rein, okay, also bestenfalls ein Zwei-Farben-Spiel vom Alleinspieler hier, nur Pik und Kreuz kann er in der Hand haben. Ja, und wenn mein Partner jetzt noch den Herz Buben hat, dann wird es wohl hier ein Gemetzel geben, und das ist der Fall, also auch dieser Gang mit nur zwei Farben hat natürlich auf verteilte Buben spekuliert, die kommen aber nicht, und damit kann, folgt jetzt natürlich noch einiges an Herz und Karo, ich behalte extra den Karo König, dass ich hier nochmal rankomme, sonst wäre ich mit Herz wohl auch wieder reingekommen, also damit lassen sich hier noch ein paar Stiche einsammeln, und das kann natürlich für den Spieler nicht langen, der zieht sich auch 144 rein, also das Schicksal bestraft hier nicht immer die gleichen, sondern verteilt gleichmäßig, das ist ein Skater-Schicksal für mich, also nur noch minus 56, aber erneut, was soll ich euch sagen, kurze Zeit später war ich wieder platt und starte zwei Tage später erneut den dritten Versuch, es kann doch wohl nicht wahr sein, das muss doch hier irgendwann nochmal zu was führen, wir starten also wieder ganz von vorne und setzen erneut 10 Euro, jetzt aber muss es doch mal gelingen, für 18 Besitzer geworden, so weit, so gut, die Findung war schon relativ bescheiden, kein Ass, kein Bubek, auch nicht der sechste Trumpf, immerhin der fünfte Trumpf wiegt Dame, aber das war ja eigentlich eher Minimalfindung, war hier am überlegen, ob ich Karo 10 sogar vielleicht mitdrücke, falls Karo 4 zu 1 steht, aber dann denke ich mir, eigentlich ist das unwahrscheinlich bei so, bei gar keiner Reizung, und zum anderen so stark ist das Spiel auch nicht, dass ich es mir leisten kann, die Karo 10 zu drücken, die beiden vollen müssen eigentlich laufen, in Mittelhand ist das Spiel an sich recht gut, Problem ist eben, dass ich gar kein Herz habe, auch keinen gedrückt habe, und, na einen habe ich natürlich gedrückt, Problem ist an sich, wenn Herz auf den Tisch kommt, und genau das passiert, dass ich ein wenig zu kurz komme, meine Trümpfe auch nicht stark genug sind, ich schmeiß deswegen hier erstmal ab, den nächsten wollte ich gern stechen, aber Spieler 1 wechselt die Farbe wahrscheinlich auf seine blanke Kreuzdame, ist natürlich nicht optimal für mich, aber auch vorhersehbar, nun ziehe ich lieber mal Karo Ass und 10, bevor auf die Kreuz 10 noch in Karo was abgeworfen wird, nein, das glaube ich doch nicht, da wird Karo 10 gestochen, also obwohl keine Reizung im Spiel war, sitzt die Karte hier deutlich unrund, Karo 4 zu 1 verteilt, ja, damit ist natürlich das Spiel schon so gut wie vom Thron gestoßen, Herz 10 jetzt auch noch hinten geschmiert, der letzte Volle, der noch in der Beikarte im Spiel war, ja, und damit bin ich aufgeflogen, damit bin ich geplatzt, da zeigt es sich 5 Trumpf in Mittelhand ohne die schwarzen Buben, also ohne eine gewisse Trumpfstärke, das Spiel geht nur, wenn es über die Beikarte funktioniert, Karo 10 Abstich, das war es dann gewesen, also auch hier ziehe ich mir locker gleich 66 Nasse rein, ja, ich mache den Sprung ins nächste Päckchen, in dem Moment habe ich noch nicht gleich aufgegeben, ich bin am Ball geblieben und habe gesagt, einmal so ein kleines Piekspiel, das kannst du ja noch vertragen, allerdings natürlich auch da fehlen schon die Punkte, das heißt die Risikobereitschaft muss steigen und da bin ich auf jeden Fall bereit, ich bin ja ein Kämpfer, ein Päckchen später also kommt folgendes Blatt und seht ihr diesen Ansatz, na ein Herz ist es doch auf jeden Fall, aber ich habe auch sofort an Grang gedacht, Grang ohne 4, Herz fehlt mir 10 und 7, wenn die verteilt sind, dann kriege ich die blanke 10, 21 dazu in Karo, die Dame abgreifen mit dem Ass, wo ich beide Luschen habe, damit wäre ich dann schon bei 35, Pik Ass 46, Kreuz 10 und Herz König drücken, also 60 Augen, wenn mir da nichts gestochen wird und wenn die Herz 10 blank ist und mit dieser Spielidee bin ich jetzt also auch bereit aufs Ganze zu gehen, ne, es heißt ja schließlich hier nicht, Walddachs geht aufs Halbe, sondern er geht aufs Ganze und dann gehören manchmal auch solche Spiele eben dazu, bisher ist es ja jedes Mal schiefgegangen, also das ist, will ich mal so sagen, mein letzter Versuch für diese Woche, das Ruder hier noch rumzureißen und da ist es mir in dem Moment, muss man ja sagen, auch völlig Banane, dass Spieler 2 hier 70 reizt, das kann er, er kann ja vier Buben haben, solange er die blanke Herz 10 hat, kratzt mich das gar nicht, also mit anderen Worten, da fahre ich jetzt auch die Ellbogen aus, ohne Rücksicht auf Verluste und jetzt wollen wir doch mal schauen. Einmal muss es doch gelingen. Schnapp, oh nein, es ist nicht zu fassen. Herz 10 und 7, in jeder anderen Situation würdest du sagen, Bingo, passen wie die Faust aufs Auge, aber ja nicht bei einer 72er Reizung. Herz ohne 4, ja, selbst mit Schneider, der ja gelingen kann, zählt ja nur bis 60, den kann ich also nicht spielen. Mit anderen Worten, es muss entweder der Kreuz ohne 5, Spiel 6 werden oder eben der Grang. Und da hat es mir natürlich jetzt überhaupt nicht in den Kram gepasst, dass ich die ganzen Herz finde, denn jetzt habe ich sieben Stück, das sind alle Herzen, die können überhaupt nicht laufen. Ja, also was tun? Natürlich 21 in Herz drücken. Ich spiele den Grang. Die blanke Kreuz 10 könnte hier so der Rettungsanker werden, der das Spiel noch irgendwie ungewöhnlich ins Ziel rettet, aber erstmal muss ich ja das Spiel eröffnen und das ist auch gar nicht so schön. Ich versuche es jetzt hier mal mit dem Herz König, natürlich verrate ich damit die Karte, aber vielleicht wird dann auch das Kreuz Ass geschmiert, vielleicht wird damit auch was abgetragen, dass ich ein paar Bilder mir noch extra angeln kann, denn nur meine 3 vollen, selbst wenn die Kreuz 10 nach Hause geht, die langen ja nicht, also irgendwo muss ich noch ein bisschen was einsammeln. So, nun wirft Spieler 2 hier aber sehr schnell Karo Lusche ab. Das sind 25 und jetzt muss ich natürlich direkt das Karo Ass ziehen und den König erhoffen, aber nein, nein, nein und nochmal nein. Es ist verflucht in dieser Woche, es geht gar nichts nicht, eine Idee funktioniert, die Findungen sind schlecht, die Gegenverteilungen sind ungünstiges Kreuz Ass jetzt hier noch hinter mir, also es ist einfach nichts zu machen und das Ganze ging los mit diesem völlig dämlichen Verschmeißer. Was soll ich euch also sagen? Das sind richtige Hundewochen beim Skat, das ist ein tiefes Tal, durch das ich hier marschiere. Jetzt wird mir natürlich auch noch das Pik Ass abgestochen, der Spieler hat nur noch viel Buben. Ich bleibe also hier zur Krönung dieser, dieses Auftritts auch noch Schneider beim Gang ohne 4. Ich hoffe mal sehr, dass der betroffene Spieler es mir nachsieht, dass da jetzt keine Beschwerde noch eingereicht wird. Das sind jetzt einfach manchmal so Kollateralschäden, die du einfach eingehen musst. Das Spiel hatte schon seine Chancen, aber natürlich nicht, so wie es jetzt saß und jetzt bin ich auch satt. Ich habe genug. Sie haben mir genug aufs Maul gegeben. Ich habe auch keine Lust mehr hier dieses Blatt überhaupt noch zu reizen. Spieler 1, bitte mache das Spiel und mache es schnell und mache es schmerzlos. Das tut er, da werden meine Gebete erhört. Der Kreuz sieht ja wohl relativ souverän aus. Abwurf, Pik. Gut, wo soll ich die Karo 10 hinbringen? Trumpf habe ich auch noch mit. Also rauf. Kreuzbube beim Alleinspieler. 6-Trümpfer mit dem alten. Ja, war hier auch schon ein bisschen lustlos. Eigentlich darf ich das Pik Ass gar nicht spielen. Kann immer noch sein, dass mein Partner das Herz Ass in der Hand hat. Dann hätte ich Klein-Pik spielen müssen. War aber nicht der Fall. Ist also nichts passiert. Hab kein Spiel verschenkt in dem Sinne. Auch wenn es trotzdem nicht gut war. Und jetzt bekomme ich hier zum Ende nochmal eine schöne Karte. Die muss ich natürlich reizen. Das Spiel ist nun zu gut. Ob jetzt gut gelaunt oder schlecht gelaunt, motiviert oder nicht. Damit bin ich natürlich nochmal dabei. Für ein sehr solides Kreuzspiel. Schadensbegrenzung, Ehrentreffer. Sowas in der Art fällt mir dazu ein. Erstmal muss ich ihn allerdings gewinnen. Sieht aber gut aus. Drum stand nicht zu viert. Also alles im Lot. Das Spiel macht mir keine Probleme. Die Probleme machen mir die anderen Spiele. Ich muss mich jetzt also ein wenig zusammenreißen. Für diese Woche, wie gesagt, habe ich genug gesehen. Ich werde also nächste Woche wieder einsteigen. Versuchen mal ein paar Tage Wunden zu lecken. Und ja, vor allen Dingen Konzentration. Nicht nochmal so ein Fauxpas, dass ich mich verklicke. Das sollte dir wirklich nicht passieren. Und es ist mir auch allen Ernstes hier das erste Mal passiert. Also nicht aufstecken. Solche Hundewochen gibt es beim Skat. Ein tiefes, tiefes Tal. Du weißt auch jetzt noch nicht, wie lange es noch anhält. Bei mir hat es aber bisher noch immer irgendwann geklappt. Also allzu lang waren die Durststrecken. Sind die Durststrecken meistens nicht, wenn du eine gerade Karte spielst. Es ist der Preis für das Risiko. Und jetzt mit ein wenig Abstand kann ich auch wirklich schon drüber schmunzeln. Und hoffe, ihr habt mit mir mitgelitten, aber jetzt auch ein bisschen Spaß an der Sache gehabt. Es ist doch manchmal auch nichts besser, als zu sehen, wie es einen zerreißt. Das ist eine Erfahrung, die ihr ja selber auch schon oft genug gemacht habt. Also da ist keiner vorgefeit. Ich auch nicht. Und trotzdem liebe ich dieses Spiel. Damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.